Und wir sind in dem Käfer da. Kann ich hier nach oben? Nee, kann ich nicht nach oben. Und der Hund riecht etwas. Ah, Wasser. Schön. So, kann ich auch nicht nach oben? Nein. Auch nicht mit dem? Nee. Oder geht das? Nein, natürlich nicht. So. Boom. Ich hasse diese blöden Totenschädel da. Also diese fliegenden... Ah, doch, hier reicht Level 5. Diese fliegenden Dinge da. Ah, da könnte ich wieder nach unten. Okay, verstehe. Also das ist quasi ein schneller Weg nach... Ouch! Ein schneller Weg nach unten. Ich hoffe, ich bekomme bald den Heilungszauber. Denn... Wo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist die Brücke zusammengebrochen. Ach, Mensch. Ach ja. Toll. Ja genau, mach dieses blöde... Nö, wir kommen her. Dir werde ich's zeigen. So, mir reicht's. Ich wollte eigentlich nicht zaubern, aber dieses Ding, dieses... Ähm, gut, wir haben sechs Hitzeblitz und sechs Schlammbaum. Ich nehme Hitzeblitz. Knochenweber. Dir werde ich's zeigen. Zack. Und... Ja. Das ist... Ein guter Schaden. Ah, schön. Gut, jetzt muss ich wohl oder übel hier runter. Hey! Also dazu sind diese Dinge da. Und rauf da. Hallo? Ja, ich hoffe, ich bekomme den Heilzauber bald mal. Habe ich schon mal erwähnt, oder? Denn wenn ich den... Okay. 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 Ach ja. Hier würde es weitergehen. Jetzt haben wir runter und rauf. Und diese da. Und diese da. Und hier rauf. Und hier rüber. Ja, das sieht jetzt alles nicht so schlecht aus. Ja. Denn eins ist gut bei diesen Spielen. Im Unterschied zu Illusion of Time. Kann ich hier auch im späteren Verlauf des Spiels komme ich wieder zu alle Orte zurück, wo ich, ähm, schon mal war. Ach ja. Toll. Also hier bricht alles zusammen. Das ist ganz toll. Muss ich schon sagen. Na klar. Bin ich hier schon wieder... Bin ich hier schon wieder falsch? Nein, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Hui. Es macht so Spaß. Und der Hund ist schneller als ich. Okay. Naja. So, das dritte Mal rauf. Ich habe keine Blätter mehr. Merke ich gerade. Also ne, ich habe schon noch Blätter, aber ich habe keine Energie mehr. Oder wenig Energie. Ja, der Hund, der schnüffelt irgendwas. Ist mir momentan ziemlich egal, lieber Hund. Du kannst schon was erschnüffeln. Ne, das ist falsch so. Hier geht's. Nein! Ähm. Ähm. Habe ich es jetzt geschafft, dass ich hier nirgendwo mehr weiterkomme? Oder wie? Darf ich das jetzt verstehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Okay. Okay. Naja. Dann müssen wir eben nochmal runter. Und weil es so schön war, nochmal rauf. Hey. Ich meine, wenn ich mich nicht irre, bleibt der einzig wahre und richtige Weg dann gegen Ende über. Nehme ich hier rüber, hier runter. Ja, das sieht gut aus. Jetzt habe ich so ziemlich alles, was runterbrechen kann, ist jetzt runtergebrochen. Ja. So, hier rauf. Okay. Sieht ja alles nicht so falsch aus. Tag. Na, komm schon, Hund. Ja, es ist echt faszinierend, der Hund. Okay, hier komme ich dann scheinbar nicht mehr rauf. Okay. Na, wobei, ich glaube, die Plattformen sind dann wieder da. Gut. Und hier ist ein gemeiner Käfer, der sich hier unter der Brücke versteckt. Oder halt ein Wurmkäfer. Mensch, du dummer Hund. Ja, das ist manchmal etwas doof, diese, diese Kampfgeschichte. Aber, wenn man es hier draußen hat, geht es eigentlich so. Dann gehen wir mal hier raus. Aha, und wir landen hier draußen. Und da können wir natürlich nicht runter. War klar. Dann müssen wir wohl oder übel bei der anderen... Oh, noch so ein Käfer. Na, komm her. Genau, und frische ihn. Dann müssen wir wohl hier raus. So. Ah, Blatt gefunden. Ja, schön. Wie viele Blätter habe ich jetzt? Nicht, dass ich dann noch irgendwo eins finden würde. Ah, fünf. Okay. Nehmen wir gleich eins, weil ich bin ja schon fast tot. Wobei, das war jetzt doof, weil ich glaube, mein nächstes Level absteht schon ins Haus. Ah, der Hund. Schnüffelt was? Hund, komm. Darfst du schnüffeln. Findest was? Ah, blöde Töne. Naja. Gut. Wow. Also hier drei Ebenen, drei verschiedene. Schön, oder? Ja, so. Aus da. Hier stand auch noch so ein Kübel. Genau. Nehme hier. Noch ein Blatt. Schön. Oh, und Lehm. So als Zufall. Wurzel, Krallen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ganz viele tolle Sachen gefunden. So. Gut, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt laufe wir hier nochmal rüber. Denn hier gibt es ja auch noch einen Krug. Tralalalalalalala. So. Genau. Was ist hier drin? Hundekuchen. Hundekuchen ist nie schlecht. Gut, hier waren Wurzeln. Hundekuchen ist nämlich zum Hund wiederbeleben. Also beim Hund ist es immer geschickter, wenn man den einfach sterben lässt und damit den Hundekuchen wiederbelebt. Denn da bekommt er, glaube ich, auch die halbe oder wenn nicht sogar die ganze Energie zurück. So, und wir begeben uns in den nächsten Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ein Käfer. Der erste Mid-Boss. Ja, und hier werden wir jetzt massiv unsere Alchemie verwenden. Zack. Ach ja. Hier müssen wir warten, bis der seine Pranken hier öffnet. Also hier seine Zacken da in der Mitte. Autsch. Nehme ich hier jetzt zum Beispiel. Nein, das war jetzt zu langsam. Ja. Und irgendwie... Ja, ich muss nur achten, damit ich nicht sterbe hier. Ja, und diese Gegner töten wir alle. Und jetzt... Wenn wir Glück haben, machen wir ja auch ein schönes Level ab irgendwann mal. Autsch. So, und ich glaube, ich muss sogar der Gegner schlappen, wenn ich mich nicht irre. Ah ja. Und schnell. Schlamm-Bombe. Linke Klaue. Alle. Vulgors Herzklamm. Kammer. Zack. Und... Nein, er macht zu eurem Weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ähm... Leute. Ich habe das Gefühl... Ich habe das dumpfe Gefühl... Ähm... Hallo? Dass sich dieses Spiel schon wieder aufgehängt hat. Ne, also das kann ja wohl nicht... Hallo? Ähm... Hallo? Na toll. Ja, Leute, ich habe das dumpfe Gefühl, dass das jetzt eher suboptimal war, was jetzt gerade passiert ist. Denn ich bin gestorben. Und das bedeutet, letzter Speicherstand. Ja, der letzte Speicherstand ist ja Gott sei Dank hier bei unserem allerliebsten Freund, der uns hier ganz viele tolle Sachen verkauft hat. Nur blöderweise, ja, merkt ihr, es ist relativ weit, weit weg von dem, wo wir eigentlich waren. Und ich sage euch jetzt eins, Leute. Nachdem das jetzt etwas doof gelaufen ist, mache ich das jetzt anders. Ich werde jetzt wieder zurückgehen und werde jetzt erstmal ein bisschen trainieren und ein bisschen Geld sammeln, damit wir dann genug Alchemie haben, damit sowas nicht mehr passiert. Dazu gehe ich zu dem Ort hin, wo ich gesagt habe, wo man gut trainieren kann. Nämlich... Ich lasse mich hier mal einsarren. Ja, toll, da kommen wir wieder hier raus. Ja, es tut mir jetzt furchtbar leid, Leute. Das ist jetzt etwas doof gelaufen, das Ganze. Aber... Wie gesagt... Ja, ich war einfach zu schwach. Nein, nicht einsarren. Ja, okay. Na gut, Gott sei Dank, kommen wir immer hier nach oben wieder. Ähm... Es wird jetzt leider etwas dauern. Aber naja... Es gehört einfach dazu, zu so spielen. Bevor ich hier wieder sterbe, einfach so... Wäre das etwas doof. Was mich jetzt ehrlich gesagt etwas schockiert, ist die Tatsache, dass sich jetzt das Spiel schon zweimal aufgehängt hat. Ja. Ah, schön. Ich habe genug Beute. Toll. Denn hier von diesen Vieren, wenn man sich das ansieht, wir haben jetzt 75 Geld. Jetzt machen wir einen kaputt. Jetzt haben wir 90 Geld. Also da bekommt man richtig schön Geld. Und Erfahrung haben wir jetzt 510. Und ich bin bald tot. Ich bin jetzt... Ach, Mensch. Jetzt sterbe ich, glaube ich, bei den Viechern auch schon. Zack, ja. Macht tot. So, Erfahrung haben wir 510. Und jetzt haben wir Erfahrung. Wie viel? 530. Also. Ja, man kann ja richtig schön trainieren und vor allem Geld sammeln. Und Geld brauche ich, damit ich genügend Zutaten kaufen kann, damit ich meine Alchemie-Fähigkeiten öfter hier verwenden kann. Das Problem ist auch dieser Kampfknochen, den ich hier habe, der ist jetzt nicht unbedingt der stärkste. Das ist natürlich auch ein mitunter ein Problem. So, Platz gefunden. Na, komm schon. Na? Käverlein? Ja. Ja. Eine kurze Nebenanekdote zu diesem Spiel. Also das Spiel ist, ähm... Ja, bis jetzt das einzige Spiel, das von Squaresoft in Amerika entwickelt wurde. Weil die wollten eben damals wirklich ein Rollenspiel machen, das eher so für den westlichen Markt zugeschnitten ist. Und deshalb wurde es auch in den USA entwickelt. Und es ist nie in Japan erschienen. Warum auch immer. Also ich muss sagen, ich finde das Spiel toll. Ich verstehe absolut die, äh, die Probleme nicht, was... Oder die, die Sachen nicht, was viele Leute mit diesem Spiel haben, weil... Ich muss sagen, ja, es ist ein tolles Spiel. Ich bleib dabei. So. Auch wenn ich hier jetzt gestorben bin. Weil das Spiel so gemein ist zu mir. Naja. So, was ist jetzt hier? Kommen die jetzt? Achso, da muss ich wieder da rüber laufen. Ach ey, das ist gefährlich. Mit Aufhängen und so. Naja, mal sehen. So. Gut. Ja. Und ich werde Secret of Mana, werde ich nie spielen. Das sage ich auch gleich. Weil, wie gesagt, ich mag Secret of Mana irgendwie nicht so gern. Es tut mir, es tut mir leid, da finde ich dieses Spiel einfach viel amüsanter. So. Wo ist dieses Ding jetzt hergekommen? Zack. Ja, jetzt kommen sie wieder. Perfekt. Genau so wollte ich das. Sollte ich bis Level 10? Hm. Ja, es ist jetzt natürlich die Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich das so ins Video reinpacke. Oder ob ich hier, ähm... Weiß ich nicht, rausschneide oder vorspule. Keine Ahnung. Aber eigentlich gehört es dazu. Und ich bin kein Freund von Sachen rausschneiden aus einem Let's Play. Bin ich absolut kein Freund von. So. Aber es könnte ja sein, dass ich hier irgendwie eine epische Waffe erhalte hier während dem Kampf gegen diese rosa Teile. Und ihr seht das dann nicht. Dann fragt ihr euch, hey, wo hat denn der diese epische Waffe? Der hat sich sicher ercheatet. Das will ich nicht. Deshalb. Oh. Wachs gefunden. Schön. Gut. Ich trau mich hier irgendwie nicht nach rechts gehen, weil da... Nicht, dass sich das Spiel da aufhängt. Boah. Ich hab jetzt echt Angst davor. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht wieso. Ich hab das Spiel auch nicht so instabil in Erinnerung. Das ist... Gemein ist das irgendwie. So. Zack. Und hier nochmal. Und hier nochmal. Und nochmal. Und no. Ouch! Und nochmal. Na komm schon. So. Ja. Ja, ja, ja. Und ich finde es auch echt schade, dass diese Secret of Evermore... Also das Secret of Evermore nicht irgendwie einen zweiten Teil erhalten hat oder auf irgendeiner Konsole fortgesetzt worden ist. Aber das war ja generell so ein Problem mit den Rollenspielen. Am Super Nintendo hat Square Soft damals noch... Damals war es ja wirklich noch Square Soft. Da haben die ja noch nicht fusioniert, die beiden Firmen. Square und Enix, wie man es heute kennt. Und da hat Square Soft wirklich massig, richtig tolle, gute Rollenspiele gemacht. Und Enix hat auch massig gute Rollenspiele gemacht, wie Illusion of Time zum Beispiel letztens. Das war ja auch von Enix. Und eben, als das N64 rauskam, da... Ja, da war es eigentlich aus mit den Rollenspielen quasi. Square, Square Soft hatte den Vorteil, die hatten ja noch Final Fantasy, das Final Fantasy Franchise. Das konnten sie wirklich, wirklich erfolgreich auf der Playstation dann weiter treiben. Ursprünglich wäre das ja für das N64 geplant gewesen. Aber, äh, nachdem Nintendo ja immer noch auf veraltete Modultechnik damals setzte und einfach für Square Soft zu wenig Speicherplatz auf den Modulen quasi anbieten konnte, hat Square Soft gesagt, gut, dann machen wir eben unser nächstes Final Fantasy auf der Playstation. Ja, und die haben sich da mit Final Fantasy wirklich, äh, eine goldene Nase verdient. Was Enix danach gemacht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wird es irgendeine ganz berühmte Serie sein und ich bin wieder überhaupt nicht informiert. Naja, aber Fakt ist, dass es eigentlich auf dem N64 fast keine guten Rollenspiele gab. Ja, und vor allem die ganzen Square-Spiele gingen richtig, äh, die fehlten richtig auf dem N64. Ja, und das blieb eigentlich, naja, Gamecube gab es dann, glaube ich, wieder ein Spiel von Square... Square Soft oder Square Enix, aber naja, kein Secret of Evermore oder Secret of Manemore leider.